Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecrafty beziehungsweise What's That Water. Und zwar was passiert, dass wir den Set verändern. Nicht viel, nicht viel. Wir haben uns noch mal ein Niveau gemacht, damit hier ein bisschen Items reinkommen. Ich habe hier die Apfel angepflanzt, damit wir mehr zu essen haben. Und für die heutige Folge bin ich der Meinung zu sagen, wir sollten hier andere Fragen ausbilden. Wo soll ich, wo soll ich die Kochraten? Eine Ratte fehlt mir eigentlich noch. Wo sind meine Ratten? Gut, die ist da, die ist da. Eigentlich fehlt mir. Ja, nur Kopfraten. So, wir waren ja in der ersten Quest Reihe jetzt fertig geworden. Die haben wir dann noch, um die letzte zu machen. Dann können wir uns noch drei Stück davon machen. So, dann kriege ich nochmal. Nee. Oder um das komplett zu kriegen. Ich glaube, die können wir immer wieder auf den Quest. Dann brauchen wir jetzt nicht. Wir werden dann hier den dabei, ja, was du schon komplettert. Hier haben wir jetzt vom Nix und Quest. Und hier oben. hier oben. Gleiches Mischentable. Dazu brauchen wir weiß, weiß, weiß. Und jetzt nittekonten, gleichs. So, weiß, weiß, weiß. Oh, was, doch, Hamlet, noch mal zu machen. Das war's für heute. 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 zurück hingeschmissen angesenkt und hoch ist ein glas zwei eisen und und der nächste ist da eigentlich sollte man interessanter claim wir kriegen gleich ein bisschen das wir auch brauchen da gibt es wozu die auch gut sind einfach nur eisen und glas nehmen können dann probieren wir mal aus ob wir damit natürlich die unten so ja hierin ist auch geklemmt können wir dann auch gleich neu packen und kriegen wir sechs die wir definitiv auch noch brauchen werden so sechs und dann haben wir die quest schon mal dann brauchen wir da da kriegen wir problem die machen wir das gleich können wir da alle klein machen das sieht wohl so aus also wir brauchen sechs von den teilen und dafür brauchen wir sodablend sodablend wird gemacht aus led und aus tin das heißt wir machen jetzt led und tin klein so wo haben wir das ding eigentlich da ist das können wir erstmal raus machen da drin und dann kugeln wir uns ernst jo ich sehe übrigens dass die folgen so einigermaßen bei euch ankommen finde ich interessant ähm ich bin dabei einige fehler zu beheben um das auch ein bisschen interessanter zu machen hoffe ich zumindest wenn ihr fragen habt oder sowas schreibt ruhig in die kommentare rein und ab und ein like würde mich würde mir auch gefallen also gerne mal ein like trocken da wäre es schon mal kaputt egal kurbel können wir sehen einmal noch bauen dann zwei mal led einmal tin da gibt es zwei davon und die schmeißen wir natürlich wieder in den oben das heißt wir müssen uns definitiv eine kurbel machen die man sich hoffentlich noch wie vorher baut die man sich hoffentlich noch wie vorher baut ist hier gerade kaputt irgendwo bei euch sieht das gut aus nein 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 oder wieder der falsche table das kann das Video sein mal müssen wir nochmal gucken ein bisschen auf play energy nirg 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 In der nächsten Folge werden wir uns mal darum kümmern, dass wir die Erzware mit irgendwas automatisieren. Ich zeig, dass wir sowas wie ein ME-System haben. Und daraus noch mal die Sticks... oder auch nicht. Bin ich jetzt blind, oder? Oder... Oder noch Trieb... Trieb... Andersrum im normalen Crafting-Tabel. Okay. Eingezogen und durchgecraftet. So. Wir brauchen noch ein bisschen LED und 10. Schon das ist ein Grund, warum wir das automatisieren sollten. 10. Wollen wir hier auch gleich 10 machen. Warum das nicht gleich wieder kaputt geht? 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16... 15. 17. 16 19. 18. 14. So, up in the oven. So, we're going to tune out in the early car. So, we're going to tune out in the early car. And go so far. See it next up. How are we dating them? And I'd love to see you next time. So, der Popper schreibt. Ja, jetzt. Ja, gut. Wir wissen nicht, dass ich was. Ja, gut. Das ist die Tasche mit der Haube. Fühst man nicht, ob er wie weit war. Hier wäre es selber. Silberohm, hoffentlich noch nicht weiter. Wie baut man das ab? Mit einer Spitzhacke oder mit einer Schlachter? Hätten wir ja noch noch Silber haben können. Dann könnte man das nämlich auch gleich anbohrten. Wenn ich jetzt Eisen finden würde... Dann habe ich ja das gezackt. Auch kurz. Kraftmann den mal hoch. Mit Silber. Und noch Silberkontroll. Könnten wir gleich mal probieren. Was heißt auch noch? Die Frage ist, was kommt nach Gold? Iron Gold. Silber hat man. Prismarine. Brauchen wir den Prismarine bevor? An dir. Aber das ist die Frage. Wie kommen wir an dir? Ist ein Prismarinenofen genauso gut wie... Wir probieren es einfach aus, wie weit Prismarinenofen uns abnutzt. Und... Prismarinenofen kann doppelt brennen. Das heißt, wir würden schneller an... Wir haben eine Spitzhacke. Wir machen uns jetzt mal auf die Stelle eine Schaufel, weil ich nicht weiß, was wir da unten brauchen. Und dann... Und dann... ... 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 nine ... ... ... ... ... ... ... ... So, wir brauchen die andere Potion. Jetzt haben wir natürlich eine extra rausgeschmissen. Beziehungsweise bräuchte man vielleicht einen Taucheranzug. Da wäre doch eigentlich ein Quest gewesen. Ich weiß nicht, hier. Aber dann brauchen wir schon wieder den nächsten. Okay. Eisen, Stick und Stone. Also, Eisen haben wir im Moment. Stone. Eisen. So, um so ein Ding zu machen. Da brauchen wir auch gleich mehrere von. Machen wir uns mal 10 Stück. Und dann bald so ein Goldblock, ne? Goldblock und... Äh, ne. Gut. Gut. Und ein Schlüssel. Und dann denke ich, wie viel Eisen-Schlüssel brauchen wir als ein Eisenblock. Riva, riva, riva. Dazu müssten wir einfach noch ein bisschen Eisen haben. Oh, vier hoch, n. Oh, vier hoch, n. Ich weiß nicht, ich brauche so viele. Egal, Claim neue Quest. Ja gut, wenn es die auch einzigen gibt, ist es natürlich eine super. So, geklemmt. Äh, ja. Plex Smith. Haben wir den Plex Smith? Haben wir. Da habe ich auch keinen Hammer. Gut, wir brauchen also LED-Latten. Hatten wir hier noch um. Wie hat noch eine Kochratte? Jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir noch LED? Haben wir. Wer war der LED? Wo ist die Kochratte? Wir machen mal 10 Platten davon. Oh, ich sehe gerade. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Wir machen jetzt noch die Platten fertig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich hoffentlich eine Lösung gefunden habe. Das war, das zu automatisieren. Also wir sollten die auf jeden Fall irgendwo hinsetzen, wo es dir gut geht. Und wo sie überhaupt einen Trichter werfen kann. Warten wir also hier? Oder bist du noch? Wer ist noch dabei? Acht? Neun? Ich habe die Krieg noch. Ich habe die Krieg noch. Geht ihr? Da unten nicht atmen kann. Ich danke euch. Wird dabei sein. Heute ein bisschen länger. Wir schauen mal damit. Das wird jetzt auch immer länger dauern. Also mal schauen wir mal, wie wir weiter machen. Ob wir viel rauskatten denn? Oder ja. Ich danke euch. Wird dabei sein. Lasst ein Like da. Droppt ein Abo, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bye, bye. Ciao, ciao. Ich bin dann mal raus.